Musik Das Figurentheater Lübeck befindet sich in der Lübecker Altstadt, in der Gasse Kolk, in einem 400 Jahre alten, denkmalgeschützten Kaufmannshaus. Und wir zeigen hier am Nachmittag Aufführungen für die ganze Familie, mit unterschiedlichen Altersgruppen, für die ganz Kleinen oder im Schwerpunkt für die etwas älteren Kinder. Und am Abend, um 19.30 Uhr in der Regel, Abendprogramm am Freitag und Samstag. Ein altes Kaufmannshaus. Wahrscheinlich bricht's nämlich zusammen. Musik Ursprünglich ist das Figurentheater hier eher eigentlich als ein Kindertheater wahrgenommen worden. Aber in den vergangenen zehn Jahren hat sich das so herauskristallisiert, dass auch besonders gerne Erwachsene zu uns kommen. Musik Seit 1976 kommen hier Kinder und Erwachsene und Jugendliche und nochmal Kinder und nochmal Erwachsene und Menschenmassen, um Puppentheater zu gucken. Inhalte unserer Inszenierung ist von leichter Unterhaltung über literarischen Adaptionen bis hin auch zu politischen Themen, also die Rolle des Figurentheaters. Zur NS-Zeit wird hier auch thematisiert. Und wir bieten auch ein umfangreiches Programm theaterpädagogischer Angebote für die Lübecker Schulen an, die sich dann mit Figurentheater befassen. Insofern kann man sagen, dieses Vorurteil, Puppentheater ist nur für Kinder, können wir sehr gut widerlegen. Figurentheater Minus Lübeck der Flutter Oder Das ist Vielen Dank.